Die Kirche sind in der Kirche. 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 Aha, okay, ich seh schon. Kompliziert alles. So, jetzt schauen wir mal. Gleich sind wir unter 100. Dann rede ich mal nochmal mit ihm. Ansonsten müssen wir echt schauen. Was meint er denn mit kurz vor dem Tod? 98, schauen wir mal. Oh, wie erbarmen's wert. Viel zu schnell. Nee, genau, das hatten wir schon. Ja, dann warten wir halt noch ein bisschen. Aber guck mal, ich halte mir schon die Schulter. Jetzt ist meine Energieleiste auch rot geworden. Das muss doch reichen, oder? Oh, wie erbarmen's wert. Viel zu schnell, ne? Okay. Dann warten wir mal, bis wir unter 50 HP sind. Sag mal, verlieren wir HP während wir im Dialog sind? Kann das sein? Das macht mir ein bisschen Angst. Hahaha. Immer diese Wartezeiten beim Arzt, bei denen man fast stirbt. Weil man einfach nicht drankommt. Wer kennt das nicht? So, jetzt aber. Nein, Sie sind mir noch nicht krank genug. Gehen Sie nach Hause und kommen Sie wieder, wenn Sie kränker sind. Oh, wir... Wirklich jetzt? Ich muss noch kränker werden? Du spinnst ja. Wie... Wie tot soll ich noch sein? Der spinnst ja wirklich. Nee, leider nicht. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn ich mir selber... Okay, unter 20. Das muss reichen, oder? Ich habe nämlich Angst, dass jetzt dann meine... Das wäre echt blöd, wenn jetzt mein Gift geheilt wird. Und ich deswegen dann nicht mehr... Also, ich meine... Na ja, schauen wir mal. Ja, jetzt reicht's. Na Gott sei Dank. Der Herr hungert. Blicke in den Abgrund des Todes. Lasse Gift als Beweis deiner Frömmigkeit durch deinen Körper strömen. P... Pastor... Tyrone... G... Gift... Durchströmt mein Körper. Ich... Ich glaube, ich mach's nicht mehr lange. Na... Na, was... Sagen Sie? Über... Zeugen Sie meine Fähigkeiten. Jetzt? Ja, ohne Zweifel. Du hast die Glaubensprobe bestanden und deine Daseinsberechtigung vor dem Herrn unter Beweis gestellt. Hier, als Zeichen meines Respekts. Du kannst es rein Gewissens annehmen. Gegengift. Ahaha, geschafft's eh. F... Feuer mit Feuer bekämpfen und Gift. Dann wohl mit Gift. Hehehe... Hehehe... Deine Freude in Ehren, mein Sohn. Aber du siehst ganz und gar nicht gut aus. Was ist denn Kätzchen, hm? Was ist denn los? Ah, warte mal. Ich muss hier schnell einen Ball werfen. Ich habe ihn schon gesehen. Tja, wo waren wir stehen geblieben? Wenn du nichts dagegen unternimmst, wirst du bald unseren Herrn und Schöpfer gegenüber treten. Wie sieht es aus? Möchtest du dich in meiner Praxis behandeln lassen? Ja, und zwar bitte schnell, sonst sterben wir wirklich. Ein HP, aber wir leben noch. Okay. Diagnose, bitte. Es war sehr sensibel, dass du hierher kommen kannst. Jeder superiorer Investigator braucht eine solidere Hilfe. So, haben wir eine neue Quest. Wie hältst du es mit dem Alkohol? Äh, ich weiß einen guten Tropfen zu schätzen. Oh, wirklich? Und doch erfüllst du mich mit Mitleid. Wie kannst du behaupten, eine Sache zu kennen, ohne je in ihre Abgründe geblickt zu haben? Jedlich etwas, was, was? Lediglich etwas zu schätzen zu wissen, reicht nicht aus, um dessen Freude zu verstehen. Welchen Wert hat das denn? Ich habe es nicht nötig, mich zu besaufen. Ich habe meinen Kaffee und meine Milch. Nun, dann will ich dir die Notwendigkeit zuteil kommen lassen. Der Herr hungert. Lass den Alkohol in Strömen fließen. Frönt dem Rausch und beweise deine Frömmigkeit. Wenn du für wahr ein Profi bist, wirst du auch diese Sache umfassend auf den Grund gehen. Komm wieder, wenn du so betrunken bist, dass du kaum mehr laufen kannst. Also wirklich sturzbetrunken? Was denkst du? Wie viel wir dazu wohl trinken müssen, Zack? Ob mein Geld dafür überhaupt reicht? Meine Kreditkarte kann ich in diesem rückständigen Kaffee ja nicht benutzen. Aber gut, lass uns mal in die Bar gehen. Könnten wir vielleicht wirklich heute noch erledigen. Schauen wir mal. Ist der Herr zufällig ein Tentakelmonster im Keller? Ja, ich glaube, der redet von einem anderen Herrn. Nicht von dem einzig wahren Tentakelherrn. Tja. Na gut, dann fahren wir jetzt in die Bar und trinken noch ganz viel. Dann kommen wir sturzbetrunken wieder in die Kirche. Wie sich das gehört. Stellen wir uns einmal durch die Cocktailkarte. Ich meine, wir haben noch fast tausend Dollar. Das dürfte reichen für einen ordentlichen Rausch. Oh Gott. Das Spiel ist toll. Bling, bling, bling. Bling, 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 bling. Yeah. Crunchy, der Knusperhase ist wieder am Start. Ich hasse Crunchy. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass uns die Kirche vor der Nase zusperrt. Ich weiß nicht, ob Zeit vergeht, während wir mit Y1 unterwegs sind, mit dem Schnellreiseservice. Aber nicht, dass uns der Pfarrer zuschließt. Das wäre blöd. Das ist voll gemein. Wir müssen jetzt den ganzen Sonntag damit verbringen, den nächsten dann... Ich meine, jetzt ist Montag, das dauert noch ewig. Aber wir müssen den ganzen Sonntag damit verbringen, nach Xander zu suchen, wo der am Sonntag heimlich seinen letzten Supercocktail verteilt. Okay, schauen wir mal, was haben wir denn da? Tequila Sunrise. Warum nicht? Bestellen wir uns einen... Ist das der teuerste Drink? Ja, dann macht er auch am betrunkensten. Ach so, ich dachte, ich verstehe. Ich dachte, die Cocktails, die ich freigeschaltet habe, kann ich jeden Tag trinken. Aber ich kann trotzdem Montag immer nur einen Tequila Sunrise trinken. Und Dienstag immer nur... Ich weiß nicht mehr, was es war. Ein Martini oder so. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mehr trinken. Wir sind nur leicht angeschwipst. Trinken wir noch einen Tequila Sunrise. Wahrscheinlich müssen wir dann paralysiert werden. Wenn mich nicht alles täuscht, geht das nur bei den Monstern nachts. Und ist super lästig. Bei den Scherenmonstern. Ich glaube, die Par... Paralysieren einen. Ne, wir sind immer noch nicht richtig betrunken. Ich habe mich verdrückt und bin jetzt in einem Dialog gefangen, den wir schon hatten. Ich habe mich verdrückt und bin jetzt in einem Dialog gefangen. Und jetzt schon... Und wie viel? Unser Vierter. Insgesamt der Fünfte heute. Ha, der macht vielleicht sehr sanfte Sunrise. Jetzt. Jetzt sind wir wirklich betrunken. Okay, ich kriege ihn kaum aus der Tür raus. Das ist ein gutes Zeichen. Wir nehmen uns jetzt auch ein Taxi. Wir fahren nicht selber Skateboard. Und dann schauen wir mal. Ich muss auch mal was trinken. Was weniger Alkoholisches, aber ich glaube, ungefähr genauso süchtig machen das. Aber Koffeinsucht ist zum Glück eine sehr harmlose Sucht. Stimmt's, Crunchy? Ja, du bist nicht Crunchy, aber hallo. Falsche... Nein. Dann kann ich nichts machen. Okay. Wäre das nicht ein cooles Konzept, wenn ich immer so spiele? Ich meine, ich sehe halt nichts und bin blind. Aber abgesehen davon könnte ich einfach so tun, als würde der Hase spielen. Okay, dann fahren wir mal in die evangelische Kirche zum Priester. Ja, das ist mir zu anstrengend. Ich komme echt nicht zur Tür. Mann ey, die Steuerung. Nicht die Treppe runterfallen. Okay. Und rein in die gute Stube. Das ist mir voll gut. Dann könnte ich auch immer in den Cutscenes, wenn ein überraschender Plot Twist kommt, so... What? ...machen. Ich habe eine Fliege im Zimmer. Die erste, die erste richtige Stubenfliege, die ich dieses Jahr sehe, glaube ich, tatsächlich. Ha, ungewöhnlich. Fülle mir jetzt erst auf. Vater, ich komme nicht zu dir hin. Okay. Gut. Jetzt bin ich sturzbetrunken. Überzeugen Sie meine Fäschigkeiten. Ja, ohne Zweifel. Du hast die Glaubensprobe bestanden und dein Daseinsberechtigung vor dem Herrn unter Beweis gestellt. Hier, als Zeichen meines Respekts kannst du es rein gewissens annehmen. Oh, yo, eine der fünf Perlen. Das war jetzt reines Glück, dass wir die bekommen haben. Voll cool. Die Perle der Jungfräulichkeit. Oder des Neuschnees. Wie jungfräulicher Schnee. So rum. Eine Perle, wie du siehst, habe ich unweit gefunden. Hü-hü-hü-psch! Ja, wahrlich schön. Von ihr scheint eine seltsame Kraft auszugehen, also sammelte ich sie auf. Sie wird dir bestimmt von Nutzen sein, du kannst sie rein gewissens annehmen. Cool, danke. Ei. Ei. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Die Wege des Herrn, was? Ich fühle mich, als hätte ich was Großes geleistet. Okay. Hey, Zack. Äh, musst du nicht auch an diesen einen Film denken? Kampf der Titanen. Desmond Davis, 1981. Perseus muss mehrere Prüfungen bestehen und zuletzt gegen ein See-Ungeheuer kämpfen. Doch Mut und Liebe geben ihm Kraft. Er erledigt das Ungeheuer und erhält die schöne Königstochter Andromeda zur Frau. Auch ich habe die Prüfungen des Herrn bestanden und dafür diese kleine Perle bekommen. Fast wie im Film, findest du nicht? Okay. Wenn er meint. Hi, Mr. Hawkeye. Hallo. Ja, wir mussten uns... Ist eine lange Geschichte. Wir mussten uns für den Dorfpfarrer fürchterlich betrinken, um unsere Frömmigkeit unter Beweis zu stellen. Ja. Ist so. Apropos, welches der Ungeheuer darin fandest du am beeindruckendsten? Sag jetzt bloß nicht Medusa oder das Schnee-Ungeheuer. Äh, See-Ungeheuer. Diese beiden sind doch bloß... Bloße... Sind doch bloß Produkte der Fantasie. Drittklassige Monster ohne jeglichen Bezug zur Realität. Die realistischen und damit besten Ungeheuer in diesem Film sind natürlich die drei stückischen Schwestern. Äh, die als Graien ebenfalls aus der griechischen Mythologie bekannt sind. Ich kenne die unter einen anderen Namen. Aber ich weiß nicht unter welchen. Graien. Graien. Wie auch immer. Drei Greise-Schwestern, die sich zusammen ein Auge und einen Zahn teilen. Die haben dich doch auch überzeugt, oder? Und? Kannst du dich noch an ihren Namen erinnern? Pemfredo, Unio und Daino. Absolut einzigartig. Einzigartig und realistisch, Sag. Man muss unseren Vorfahren wirklich Respekt zollen für die Vorstellungskraft und ihren Hang zum Realismus. Aber genug geplaudert. Zurück zu unseren Ermittlungen. Okay. Wir haben Perle des Neuschnees. Ein oder fünf Perlen. Somit haben wir jetzt zwei Perlen, die wir brauchen. Um irgendwas... Cooles. Schätze ich mal. Zu bekommen oder so. Ich weiß gar nicht, warum wir die sammeln. Aber gut. Wir haben uns scheinbar auf der Bank, auf der Gebetsbank ausgeschlafen. Der Arzt ist auch weg. Können wir mal kurz managen. Wir haben bestimmt noch... Habe ich noch Zigaretten im Koffer? Ja. Nicht mehr viele tatsächlich. Aber ich nehme mal ein paar mit. So, ein paar Snacks habe ich auch noch. Heilung haben wir auch. So viel Gegengift. Warum? Meine Güte. So viel Erkältungsmittel. Das brauchen wir so schnell nicht mehr. Sonnencreme. Oh, der Toilette und Minz-Kaugummi. Auch nicht schlecht. Na gut. Passt schon. Speichern wir mal. Naja, Jesus konnte bald nicht umsonst Wasser zu weinen. Ganz genau. Ganz genau. Jesus hat auch nicht gerne ins... Was? Ne. Ich wollte gerade ein Sprichwort wieder nutzen, das ganz viel am Platz ist. Aber Jesus hat auch keinen Schnaps von der Bettkante gestoßen oder so. Mir fällt keine Metapher ein, die passt. Kein Sprichwort. Keine Redewendung. Ich finde, keinen Schnaps von der Bettkante schubsen ist auch super. Man weiß ja, was gemeint ist. Oh Gott. Hat nicht gern ins leere Glas geguckt. Nehmen wir das. Das kommt wie Gupfer. Schnaps von der Bettkante schubsen klingt nach einem weirden Fetisch. Hm. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Ich hab mal mit nem Freund zusammen die goldene Regel erfunden. Man kann jedes Wort nehmen, jedes Objekt, alles was es gibt und kann dahinter die Worte Phobie oder Fetisch hängen und beides wird's irgendwo geben da draußen auf diesem riesigen Planeten. Für alles gibt es ne Phobie und für alles gibt es nen Fetisch. Bin ich fest davon überzeugt. So, ähm, was machen wir denn? Jetzt gehen wir ins Hotel. Gibt's noch was, das wir heute erledigen könnten? Ich glaub, passt zu weit. Katze, ich weiß nicht, was du von mir willst. Willst du, dass ich aufhör? Hm. Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Hippopotomonstrosequipetalophobie. Gibt's bestimmt. Aber wir wollen ja die Werbefreundlichkeit beibehalten. Ich mein, theoretisch, glaub ich, ja, ich weiß es nicht. Ich glaub, reden dürfen wir über viel, oder? Es ist auch, ist es noch nicht nachziehen. Jugendschutz muss beachtet werden. Ab wieviel Jahren ist das Spiel? Ab 16, glaub ich. Ich glaub, wirklich. Das passt schon. Fällt mir nur grad so ein. Ich, ich, ich denk, ich, 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 ich pass da wirklich immer nicht so gut auf. Da muss ich wirklich besser drauf achten. Aber ich glaub, das ist wirklich ab 16. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ab 18 ist. Nee, Quatsch. Warum sollte das ab 18 sein? Bis jetzt. Wer weiß, was noch kommt. Äh. Ja. Passt. Ab ins Bettchen. Ich glaub, das berühmteste ist wahrscheinlich... Es könnte auch meinetwegen ab 12 sein. Ich weiß nicht genau. Es gibt ne zerstückelte Leiche in dem Spiel. Ja, die Leichen werden schon oft ziemlich bizarr angeordnet. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. So abgetrennte Körperteile sind nicht ab 12. Nee. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. Nee, ab 12, glaub ich, ist das nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020